Ich bin Sarit, geborene Hanscher, 1979 nach Deutschland gekommen, habe eine Ausbildung gemacht als Arzthelferin und danach habe ich eine Umschulung gemacht als Kosmetikerin. Da sind wir damals mit drei Schwestern in der Türkei von meinen Eltern, die nach Deutschland kamen, alleine gelassen in Istanbul. Aber auf einmal haben meine Eltern die Idee gehabt, ja, alle Mädchen und Istanbul, Großstadt, Oma, sie kann jetzt bestimmt nicht hinterherlaufen. Haben die uns einfach mitgenommen, nach zwei, drei Jahren, dann bei meinen Tanten, wo wir sonst normalerweise ab und an mal so zu Besuch da waren, da hingegangen. Ich dachte erst mal, ja, wir sind bestimmt Besuch da, das fanden wir immer so toll da auf dem Dorf und waren auch meine Eltern nicht mehr da bei uns. Müssten wir da bleiben und erst mal war, müssten wir anpassen, müssten wir erst mal natürlich auch an diesen ganzen Ort gewöhnen. Kein Strom, kein Wasser, da müssten wir alles vom Brunnen holen und gab es da jetzt keine Kühlschränke oder sowas, nichts. Da mussten wir erst mal lernen, da mit umzugehen. Aber man gewöhnt sich an vielen Sachen ziemlich schnell, habe ich da auch schon gleich mitbekommen. Und dadurch lernt man ja auch schon schnell sich anzupassen. Die Eltern haben uns nicht nach Deutschland gebracht, weil die haben ja eigentlich immer eine Aufhändlerserlaubnis bekommen und Arbeitserlaubnis. Und das ging ja immer darum, dass die in Deutschland kurz arbeiten kamen und irgendwann müssen sie zurück. Das war schon immer so geplant und so sind die nach Deutschland gekommen. Immer mit dem Plan, dass die irgendwann zurückgehen müssen. Irgendwann kam dann so ein Regel oder ein neuer Gesetz, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß, dass alle Kinder von den Gastarbeitern ab einem gewissen Alter nicht mehr nach Deutschland kommen dürfen. Wir waren dann irgendwann mal mittlerer Reife, so ortho-okul. Dann kam dann dieses Gesetz und meine Eltern haben dann so eine Panik bekommen, oh, wenn sie 16 Jahre alt wird und nicht nach Deutschland kommen kann, dann können die uns nicht mehr nach Deutschland bringen. Da ich ja sonst immer in Urlaub, also in Schulferien kam, und da wusste ich, dass ich dann hier in Deutschland bleiben würde. Und das wollte ich nicht. Ich habe meinen Eltern gesagt, da war ich ja schon älter und groß, älter, und da konnte ich einfach nur sagen, ich möchte nicht. Ich möchte ja nicht nach Deutschland kommen, ich möchte ja nicht hier leben. Und da war ich die Erste ganz alleine, die nach Deutschland gebracht worden ist. Meine anderen Schwestern sind in der Türkei geblieben. Und meine Schwestern, das waren die einzigen, die ich mein Leben lang immer bei mir hatte. Und dass ich mit denen immer zusammen war. Und auf einmal müsste ich die auch da lassen. Ich kam dann in die Schule, ich kam, hat man mir die Klasse gezeigt. Waren alles Ausländer, alles von den Gastarbeitern, die Kinder drin. Und ich hatte erst mal so ein bisschen Panik, weil ich konnte die Sprache nicht und wusste jetzt nicht, wie ich da ankomme. Und dann war dann, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, eine Mädchen, die kam dann direkt zur Tür zu mir, hat mich an meine Hand gehalten und hat gesagt, komm, du kannst bei mir sitzen. Ich hatte Glück, ich hatte einen ganz tollen Lehrer, der mit uns sich richtig gut gekümmert hatte. Und da müssen wir erst mal Deutsch lernen. Haben wir zusammen gespielt und haben versucht, mit uns so ein bisschen was zu erklären und erzählen. Dann habe ich schnell Vertrauen gewonnen und fühlte ich mich richtig gut. Aber mein Kopf war immer in der Türkei. Ein Jahr später sind dann meine anderen Schwestern gekommen. Und dann war es wieder ein bisschen einfacher für mich, weil ich hatte wieder zwei Personen, die an meiner Seite sind, die ich schon ein Leben lang immer bei mir habe. Ich hatte Schwierigkeiten mit meinen Eltern. Ich konnte die nicht respektieren und ich konnte nicht mit denen kommunizieren. Die hatten ganz andere Erwartungen von uns. Und ich hatte immer das Gefühl, die haben mich nach Deutschland geholt, weil die auf einmal meine Hilfe wollen. Die brauchten mich nicht jahrelang. Die wollten nur Geld verdienen. Und jetzt brauchen die mich, ich bin nach Deutschland geholt worden für die, um denen wieder zu helfen. Und dann müsste ich für die, und eine Schwester war hier in Deutschland geboren, jetzt müsste ich auf die aufpassen, ins Kindergarten bringen, Schule bringen, abholen. Und war für sie dann auf einmal die Ersatzmutter. Bis dahin dürfte man hier in Deutschland als eine Ausländer oder Ausländerin nicht als Arzthelferin eine Ausbildung machen. Und das war das erste Jahr, und ich war die Erste, die sich dafür beworben hatte. Und ich wurde auch genommen. Meine Lehrerin hat mir gesagt, die haben dich bestimmt als Putzfrau genommen, du hast es noch nicht mal verstanden. Und dann habe ich gesagt, nein, ich darf da als Arzthelferin eine Ausbildung machen. Weil ich ja nach Deutschland gebracht worden bin, ohne mich zu fragen, und ohne meine Erlaubnis zu haben, hatte immer in meinem Kopf so eine Wut, und drin, ich würde zurückgehen. Ich möchte nicht hier bleiben. Und ich habe immer innerlich mich darauf vorbereitet, dass ich irgendwann zurückgehe. Und so habe ich irgendwann mal hatte ich die Idee, was ich noch machen konnte in der Türkei. Und da habe ich eine Umschulung gemacht. Als Kosmetikerin habe ich gesagt, ich kann in der Türkei Kosmetik machen. Und nachdem ich mein Studium und Schule und so alles fertig hatte, hatten wir angefangen zu planen, weil die Kinder waren ja da. Und dann war für uns der Gedanke, ja, wenn die Kinder noch älter sind, dann wird es für die noch schwieriger sein. Wir wollten, dass die auch nicht so in große Schwierigkeiten kommen. Bevor meine Tochter ins Gymnasium anfängt, nach der Grundschule, haben wir uns vorgenommen, zurückzugehen. Und mein Arbeitgeber, der hat gesagt, nein, sie wollte mir sogar ihren Laden überlassen, dass ich hier ihren Laden bekomme. Sie kam im Rentenalter. Sie hat gesagt, bleib bitte hier. Ich übergebe dir meinen Laden, so wie es ist. Du kannst das alles haben. Ich habe gesagt, nein, ich möchte zurück. Ich will in die Türkei. Und mein Mann damals hat noch gearbeitet. Er hat gesagt, dann gehst du mal mit beiden Kindern in die Türkei und ich arbeite und schicke dir Geld. Bis du da so ein bisschen mit Kindern in die Schule eine Wohnung eingerichtet hast und Wohnung wieder alles in Ordnung gebracht hast. Ja, es ist manchmal auch Schicksale, die im Leben passieren. Die Kinder sind in die Schule gegangen. Ich habe mir einen Job sogar gefunden im Kosmetikbereich, wo ich auch sehr erfolgreich war. Ja, und da hat es dann angefangen, dann in der Ehe zu knistern. Und dann er hier alleine und ich da. Da kamen dann alles so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Ehe. Er wollte dann doch nicht mehr kommen. Aber so alleine mit zwei Kindern zu leben als Frau war für mich auch nicht sehr einfach. Und dann kam dann der Erdbeben. Das war dieser ganz große Erdbeben. Und ich war zu Hause. Ich bin ohne Schuhe rausgelaufen. Gott sei Dank war die Schule nicht sehr weit. Aber ich habe meine Kinder nicht in der Schule gefunden. Und alle Nachbarn sind mitgelaufen und haben meine Kinder gesucht. Und dann haben wir die Kinder gehabt. Und ich habe gesagt, jetzt muss ich wieder nach Deutschland. Haben wir alles wieder leer geräumt und habe alles liegen und stehen gelassen. Und die Kinder mitgenommen nach Deutschland. Und in Deutschland hatte ich nichts. Hat er alles hier aufgegeben. Bei meiner Schwiegerin haben wir erst mal leben müssen. Und da müsste ich lernen, wieder auf mich aufzupassen. Und habe mich freiwillig in so ein psychosomatisches Krankenhaus angemeldet. Es ging nicht mehr. Die Ärzte haben mich auch schon sofort dahin geschickt. Ein Notfall. Meine Kinder hatte ich bei meiner Schwiegerin gelassen. Und dann war ich in einem Krankenhaus. Sechs Wochen. Und dann kam ich wieder raus. Habe die Kinder genommen. Habe mir eine Wohnung gefunden. Und dann bin ich in dieser Wohnung alleine gezogen mit beiden Kindern. Ja, und dann habe ich einen Mann kennengelernt. Der hat mir irgendwie so ein bisschen positive Zukunft noch mit ihm zusammen. Ja, also manchmal ist es so, dass man nicht immer viel plant, aber was einem dann irgendwie kommt. Und so lebt man dann. Ich habe in meinem Leben auch gelernt, dass ich mir nicht immer viel vornehmen möchte. Weil immer wenn ich mir was vorgenommen habe, das ist immer nichts draus geworden. Oder beziehungsweise nicht immer so geworden, wie ich das wollte. Und so habe ich mir gesagt, man kann das Leben nicht zwingen. Und ich nehme mir das Leben so, wie es kommt. Aber immer die besten Seiten. Okay. Vielen Dank.